Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, also zu einem neuen Let's Play, diesmal Anno 701, wie man hier sieht, ich habe mich entschieden hier Anno, hier war es eher ein Endlos zu spielen, eigentlich wollte ich mit 1602 anfangen, hat aber leider nicht funktioniert, dann hatte ich gedacht, machst du 1503, ich rede viel zu schnell, dachte ich mache ich 1503, hab dann aber gedacht, das ist, weil das ist ziemlich schwer, das habe ich dann doch gelassen und da fange ich direkt mit dem an, aufgedeckte Karte, sag ich nochmal, hier, ich muss jetzt kurz hier einstellen, Computerspieler, ja, 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 so, Kapital viel, Kostenrückerstattung schwach, Feuer, Pest, Katastrophen und so weiter, kann alles aus, letztes Jahr überleben kann ich mal aus, Unabhängigkeit und Privat, ja. Ja, da habe ich gedacht, fange ich mit Anno 701 an, mache dann mit 1404 weiter und dann noch ein 2070 hinterher, also ein 2070, das was in der Zukunft spielt, das weiß ich aber noch nie, ob ich das mache, weil ich das persönlich scheiße finde. Also ich mag es persönlich, ne, also müsst ihr nicht unbedingt drauf hoffen. Das Beste finde ich ist 1602 und 1701, das waren die schönsten, für mich. Oh, ich will zocken. Lade schneller! So, los geht's, schön, Karte ist mal wieder verpackt. Ich verstehe jetzt nicht, warum, ja, warum ist die Karte immer so dreckig? Drei Leben in der Unerschöpfliche, wo ist die Eisenunerschöpflich? Das ist eine Erschöpfliche, das ist auch eine Erschöpfliche. Zwar sind wir von eurem Erfolg... Halt die Backen. Wo ist die Unerschöpfliche Eisen? Da ist eine Erschöpfliche. Da ist eine Erschöpfliche. Da ist noch eine Erschöpfliche. Wo ist die Unerschöpfliche? Da muss sie eine Unerschöpfliche geben, komm schon. Ja, 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 die Inselnehmer. So, da hin, zackig. Hier mal Plus drücken. Kontrober an. Los geht's. Ich bin direkt hier hin. Und da hin. Und dort. Und dort. Und in hier. Jetzt verbinden wir die eben alle. So, dann unterstützen wir die mal hier noch. Oh. Schade aber auch. Heute müsste man nämlich auch noch dran denken. So, mal ein bisschen hier Speed machen. Bepflanzen. 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 Und das selber nochmal. Hat auch nicht gebracht. Klein noch den anderen werden mitmachen. Jo. 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 Friesen. Ich hab noch nicht mal die Dingsen. So, einkaufen. Werkzeug. Das ist ein cooler Bug. Also, Anno war immer so oft gebaut, dass man anfänglich nie Werkzeuge hatte. Das musste man immer einkaufen. Oh, ich hab's nicht weit zum Händler. Das ist gut. Es ist schön mit euch geschäft. Ne, das machen wir nicht. Das ist genug Zeit. Ging die Wanken, Männer. Ging die Wanken, Männer. Ja, ich hab mich jetzt auf einer Nordinsel angesiedelt. Hier sieht man 16 Fisch. 3 Lehm. Und 4 Eisen. Das reicht nicht. Genü-gen. Jetzt können wir loslegen, hier die Insellösel einzunehmen. Das reicht nicht. Jetzt packen wir mal hier weiter. Ich lass mal anlucken. Der muss wieder eine Südinsel sich kreien. Mit Boxer Guadel. Das ist der Deckenführer. Der Führer. Als ich jetzt frage, wer das war, das war meine Mutter. Die gibt es auch noch. Ach, das Battlefield-Kommentary erinnere ich bloß, wer es gesehen hat. Eigentlich hätte ich ja schon irgendwo sechs, sieben Folgen gehabt. Musste ich aber nochmal von neu anfangen, weil ich wahrscheinlich die Grafikeinstellung falsch hatte. Kommst du als Freund zu den Irokesen, Fremdling? Ich immer doch. Willkommen auf dem Handelsposten des Kaiserreichs. Ach, das ist der Schwanz, wo ich... Als Botschafter des Maharaja bin ich erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich hab gesagt, wahle. Die Priester haben dein Kommen für eine Produktion, kommt zum Erlieben. Oho, ein neues Gesicht ist mir immer willkommen. Trätet näher. Hiss die Segel. Könnte, wenn ich eine Baldwerkzeuge kriege, gehe ich hier krachten. Und wieder bin ich bei euch fündig geworden. Wird doch Zeit hier. Mann, Mann, Mann. Dass man nicht mal erschlaut werden muss. Na, so um sieben rum. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. Ach, halt doch einfach die Backen. Ich könnte bei dieser Sache eine helfende Hand gut gebrauchen. Mach mal. Ich stehe euch jederzeit zu Diensten. Hm, was muss man machen? Wie man sich füfft dann halt. Ist ja leicht. Darf ja auf Anweisung. Kann man uns gleich bei Werkzeug überdienen. Nein! Bist du bescheuert? Oh, ihr bringt mir wie versprochen meine Waren. Nicht mehr die Werkzeuge. Habtank. Ohne euch wäre ich auch beschlossen gewesen. Jo, kann vorkommen. Ihr werdet nicht entdeckt. Arbeitest du jetzt regelmäßig für den freien Händler? Kann vorkommen. Nein! Fluch der Scheiße nochmal. So, wie macht man jetzt weiter hier so den Sätzen, den letzten? Dann am besten jetzt hin. Du fragst jetzt mal schnell. Jo, ich weiß Bescheid. Oh, ich kann das am besten hin. So. Jo, das war mal wieder meine Mutter. Falls ihr sie gehört habt. Ich bumme mal hier richtig Geld in die Straßen. Ich bin echt, ich muss echt mal sagen, ich bin gespannt, wie die andere Let's Plays ankommen. Weil ich hab gesehen, Strategie-Spiele kommen eigentlich nie so gut an. Aber ich meine, wenn ich sowieso Lust hatte, das zu spielen, nehme ich es einfach auf und lade es hoch. Und wenn es euch nicht interessiert, vielleicht gab. Ja, weißt du, das ist cool. Ich hab noch nie ein Haus gebaut, aber man hört schon die Stimme. Nein, tut mir leid, dafür habe ich jetzt leider noch kein Geld. Spitz, 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 jawohl. Oh, mein Handy sagt, ich bin wichtig. Jo, meine Technik des Hausbaus ist auch ziemlich lustig. Da amüsiert sich meine Schwester auch immer drüber. Oh, mein Scheiß-Hall-Schnuppen geht los, ey. Los, gib mal Terror hier. Ein bisschen Spulen. Aber so. Straßenherz-Hände bauen. Hier kommt jetzt so eine bedrohliche Musik. So, ich würde es mal schwer vorschlagen. Wir bauen jetzt einfach mal so aus der Drehzahl aus Zweckkirchen. Um einfach vorzusorgen. Eine Produktion kommt zum Ende. Das war so. Merk schon, hinten haben wir zu wenig Wackkram. Na komm schon, kann dir mal irgendjemand jetzt fix das Holz abholen. Ja, so ist das schon viel besser, jetzt können wir weitere Häuser bauen, aber der hat eine Kirche, der hat auch eine Kirche, der hat auch eine Kirche, der hat schon ein Keiner, der hat eine Kirche, der hat sowieso eine Kirche, der auch, der auch, der hat dann auch wieder eine Kirche. Ja, ne, das sind noch ein bisschen viele Ausgaben, dann müssen wir hier auch hochtrimmen.